Dampflok Elsa aus dem Jahr 1944 war einer der Stars beim Dampflok Frühlingsfest am Bahnbetriebswerk Schöneweide. Neben Rundfahrten konnte man 30 historische und moderne Lokomotiven und Wagen beim sogenannten Lokomotivballett aus nächster Nähe erleben. Den Eisenbahnflohmarkt nutzen inzwischen auch Bahnunternehmen, um Mitarbeiter zu werben. Das Dampflokfest findet auch morgen von 10 bis 17 Uhr statt.